Ich bin klug. Ich habe auch eine Weisheit. Ich habe heute Morgen gemerkt, also als ich aufgewacht bin heute, dass morgens die Sonne scheint. Manchmal. Und ein Fakt über mich, den vielleicht viele schon wussten, aber ein Fakt über mich, ich bin ein sehr langsamer Esser. Ich esse sehr langsam. Und es ist manchmal sehr unangenehm, wenn man mit anderen Leuten essen gehen ist. Und ich bin die Letzte, die noch am Essen rumknabbert. Und ja, schwierig. Schwierig, wirklich schwierig. Ginger Fact, meine Hände sind kalt und schwitzig. Ich dachte, das wollt ihr wissen. Ich dachte, das ist vielleicht gut. Ich habe heute, als Fakt für euch, ich habe heute Kekse gegessen. Die waren geil. Das waren leckere Kekse. Und ich habe Kaffee dazu getrunken. Ich mag Kekse. Das ist der Fakt für heute. Kekse. Ich habe heute Linsensuppe gekocht. Und das ist ein Fakt. Ich trage Streifensocken. Ist das ein cooler Fakt? Manchmal trage ich Streifensocken. Warte, ich bin smart. Ich habe auch direkt einen smarten Fakt für euch. Smarter Fakt für euch. Der Fakt ist, der Himmel ist blau. Der erste Ginger Fakt ist, den ich euch gebe, oder der erste und letzte für diesen Stream ist, ist, ähm, ich spucke manchmal beim Reden. Und deswegen spucke ich mein Mikrofon an und... Ja, stinkt mein Mikro ein bisschen. Das ist der Fakt für heute. Das ist der Fakt für heute.